Rock the Makeup! Hi Leute! Ja, ich bin mal wieder unterwegs. Diesmal geht es nach Immenstadt an den schönen Bodensee und zwar zur Fotografin Lena Reiner. Und heute ist etwas ganz Besonderes. Und zwar, wir shooten die Katharina Kuhlmann. Eine ganz nette Frau. Setzt sich viel auch für Tierschutz ein. Und so weiter. Man kennt sie auch als damalige Mist-Tuning. Und ja, bin mal gespannt. Habt ihr schon lange nicht mehr gesehen. Das letzte Mal beim Promi-Dinner. Und ja, was wir da so machen, das zeige ich euch nachher. Wie immer, vor jedem Shooting erstmal einen Dock. Steiger die Konzentration. Dann, euch einen schönen Tag. Wir sehen uns zum Roll. Cheers! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.